Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6478 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das ist heute unser Thema. Es gibt ein Make-up-Tutorial. Wir versprechen euch interessante Neuigkeiten. Das ist heute unser Thema. Es gibt ein Make-up-Tutorial. Wir versprechen euch interessante Neuigkeiten. Das ist heute unser Thema. Es gibt ein Make-up-Tutorial. Wir versprechen euch interessante Neuigkeiten. Bergauf ist es immer am schwierigsten. Welche Verhandlungstechniken wendest du bei Vertragsverhandlungen an? Ich bin in der Lage, mich von alten Glaubenssätzen zu lösen und neue, positive Glaubenssätze zu etablieren. Meine Überraschung ist groß. Paul hat mir ein teures Auto gekauft. Meine Überraschung ist groß. Paul hat mir ein teures Auto gekauft. Die Schale ist mir gut gelungen. Ich bin mit der Form und der Farbe zufrieden. Das war gestern ein interessanter Abend. Ich muss dir unbedingt davon erzählen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.